Ich kann natürlich den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich kann die Welt eh nicht retten. Aber wenn ich nur ein oder zwei Personen rette, habe ich da schon mein Ziel erreicht. Und dass man als Gemeinschaft, als Team agiert und nicht jeder Einzelne ist. Insofern korrigiert seit Jahren auch wirklich Fernsehradterie lose, weil ich das Prinzip der deutschen Fernsehradterie sehr gut finde. Für mich ist es wirklich nicht primär da zu gewinnen. Also ich würde mich freuen. Aber in erster Linie denke ich, dass es auch sozialen Verbänden zugutekommt. Vielen Dank.